hallöchen ihr lieben 200 gramm tabak kommt wieder zurück oder auch nicht und was wird aus pfeifentabak und 20 und 25 gramm päckchen ihr habt es wahrscheinlich schon mitbekommen 200 gramm shisha tabak soll wieder zurückkommen der grund könnte natürlich sein dass den staat viele steuern gegangen sind und der schwarzmarkt floriert ist da was dran leider nicht wirklich hundertprozentig also es ist nichts wirklich bestätigt bis jetzt hat irgendein offizieller vom zoll gesagt ja ich könnte mir vorstellen dass 200 gramm wieder zurückkommen aber so ist es halt nun mein leben hast du nichts schriftlich und schwarz auf weiß dann ist es erst mal nur ein gerücht und für mich solange es noch nicht im regal steht ist es ein gerücht also leute haltet die füße still wartet einfach wenn denn die 200 gramm kommen heißt es schon ja sollen die denn in diesem sommer noch kommen weiß ich noch nicht es dauert schon unheimlich lange bis der liebe vater staat irgendetwas durchsetzt und irgendetwas wieder zurücknehmen wie von 20 25 gramm päckchen auf 200 gramm ist so auch noch nie vorgekommen sollte es so kommen dann könnte ich mir persönlich vorstellen dass das erst anfang 2025 soweit ist warum dann gibt es die nächste steuererhöhung da kann man direkt eine neue banderole drauf kleben und selbst wenn die 200 gramm wieder kommen macht euch schon mal frei davon dass ihr die dose für 16 90 20 euro bekommt das glaube ich persönlich nicht also ich gehe mal von aus es wird sich so bei 23 euro 25 euro einpendeln so ist nun mal bis 2026 geht der shisha tabak steuerlich immer noch ein bisschen nach oben und wie viele halskranke nachrichten ich bekommen habe die leute sind noch nicht mal mit den 200 gramm dosen zufrieden die sagen direkt 200 gramm und kilo kommt zurück von kilo war so gar nicht die rede nur von 200 gramm aber fünf mal 200 gramm sagt adam riese ist auch ein kilo viel billiger wird ein kilo nicht sein wenn denn dann überhaupt diese dosen zurückkommen ja und was wird aus dem 25 gramm döschen und päckchen oder 20 gramm hier müssten nur 20 gramm drin ja genau bei acht zeilen nur 20 drin bei einer sind 25 drin es wäre doch super wenn der hersteller parallel noch 20 25 gramm päckchen anbieten würde so könnte man sich durchtesten bevor man nachher was weiß ich 2026 30 35 euro für eine dose ausgeht ja ist ein netter gedanke aber ich glaube das bleibt einfach nur bei den gedanken weil die abfüllung dieser kleinen päckchen kostet richtig geld und die müssen richtig große maschinen aufbauen große maschinen bedeutet auch eine große lagerhalle große lagerhalle bedeutet viel geld also gehe ich mal von aus dass diese maschinchen wieder umgebaut oder abgeschafft werden abgesehen davon welcher hersteller möchte denn ein regal machen wo die ganzen 25 gramm päckchen drin sind und noch die 200 gramm dosen und vielleicht noch pfeifen tabak auch wieder lager kosten und das wollt ihr am schluss auch nicht mehr bezahlen auch wenn er nicht auf dem tisch steht hier drin ist kiwi und blary vom must have pfeifen tabak super leckere mischung kommen wir mal zum thema pfeifen tabak man könnte ja sagen wenn die 200 gramm dosen wieder da sind verschwindet der pfeifen tabak aus den regalen das glaube ich persönlich nicht ich persönlich glaube der pfeifen tabak wird unsere shisha zukunft sein warum pfeifen tabak wird anders versteuert es sei euch doch selbst überlassen ob ihr da irgendwas rein mischt oder nicht wenn ihr da was rein mischt da muss das steuerlich natürlich angegeben werden aber pfeifen tabak an sich wird anders versteuert als shisha tabak und deswegen wird dieser pfeifen tabak auch immer ein bisschen günstiger bleiben nehmen wir mal an 2026 so eine dose kostet 30 36 euro durch die ganzen steuererhöhungen und 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 der hersteller möchte auch noch ein bisschen was verdienen und so ein pfeifen tabak der jetzt was kostet hier der 22 90 als dark blend und der hier kostet 19 90 mixto ist also ein bisschen teurer als must have als virginia variante gibt es die so für 17 18 euro durch die ganzen steuererhöhungen ist er ja dann nicht betroffen er ist ja pfeifen tabak also wird er immer etwas günstiger bleiben das heißt so eine dose virginia wird nachher nicht 30 36 euro kosten sondern wird dann wahrscheinlich so 22 24 euro kosten wird natürlich auch immer alles ein bisschen teurer und ich denke dann macht der preis schon das spiel bevor ihr nachher über 30 euro für so eine dose ausgibt gebt ihr doch lieber 20 euro für so eine dose aus oder ist so ein ganz einfaches rechenbeispiel also ich persönlich was machen weil die werden mittlerweile immer besser von geschmack her top also bei manchen herstellern schmecke ich auch gar keinen unterschied mehr also das fazit aus der ganzen geschichte ist das hier stand jetzt und zwar ende märz 2024 ist das noch zukunftsmusik solange der liebe vater staaten und nichts durchgeboxt hat und nur irgendeiner von zoll und noch nicht was die zolldirektion gesagt hat joa die kommen zurück bleibt es einfach nur ein schönes gerücht und wir hoffen natürlich alle wir hoffen natürlich alle dass diese kleinen dosen irgendwann wieder verschwinden und die großen dosen unsere herzen wieder erfreuen und somit bin ich raus ciao ciao